Hey, kennst du das auch? Stundenlanges Tüfteln an deinen Amazon Ads und nachher sind die Ergebnisse immer noch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich fühle mit dir. Ich bin Alex und heute zeige ich dir, wie du mit dem AdFriends Amazon PPC-Tool nicht nur Zeit und Nerven sparst, sondern deine Ads auch richtig durchstarten lässt. Hand aufs Herz, Amazon Sponsor-Product-Ads, Sponsor-Brand-Ads, Sponsor-Display-Ads, all das zu managen, das kann echt herausfordernd sein. Ohne das richtige Tool ist das wie ein Puzzle mit 1000 Teilen, wo immer wieder neue Teile dazukommen. Aber hey, kein Grund zur Panik. AdFriends kommt zur Rettung. Unser Tool automatisiert und optimiert deine Kampagnen nach deinen Vorstellungen und Einstellungen. Stell dir vor, deine Anzeigen werden sich kontinuierlich so entwickeln, wie es zu dir, deinem Produkt und deiner Strategie passt. Und das alles dank smartem Machine Learning. Und vor allem endlich Schluss mit den immer gleichen Aufgaben. Mit AdFriends kannst du deine Kampagne auf das nächste Level bringen, deine klar definierten Ziele planbar erreichen, ACOS, CPO, ROAS oder einfach das Budget im Auge behalten und das für alle Kampagnen gleichzeitig. Zeit frei machen für Dinge, die wirklich wichtig sind. Wie zum Beispiel On-Page-Optimierung oder deinen nächsten Product Launch. Dein Werbebudget automatisiert optimal verteilen, sodass jede Kampagne, die auch das optimale Ergebnis einspielt, automatisch die richtigen Keywords finden und verwalten, sodass sich deine Kampagnen ständig weiterentwickeln. Stell dir vor, du wachst morgens auf und deine Kampagnen-Performance hat sich über Nacht verbessert. Klingt wie ein Traum, oder? Mit AdFriends ist das Realität. Unsere User sind begeistert von den Verbesserungen und davon, wie viel einfacher ihr Arbeitsalltag geworden ist. Fülle einfach dieses Formular aus und wir zeigen dir, wie einfach unser Tool deine Performance verbessern kann. 100% gratis und unverbindlich.